Haben Sie eine Leidenschaft für Brandschutz? Wahrscheinlich nicht. Für viele Bauherren ist der Brandschutz ein notwendiges, aber lästiges Übel. Vor allem, weil Brandschutz häufig als starres Konzept mit starren Regeln und Vorschriften daherkommt und es auf diesem Gebiet häufig zu Konflikten und Konfrontationen mit den zuständigen Behörden kommt. Zudem sind viele der Meinung, Brandschutz sei teuer. In der Praxis führt es häufig dazu, dass sich Gebäude bei ihrer Planung den Vorschriften zum Brandschutz anpassen. Doch sollte es nicht eigentlich umgekehrt sein? Sollte sich nicht der Brandschutz ans Gebäude anpassen? Wir vom Ingenieurbüro Brandschutz-Schmöller haben eine Leidenschaft für Brandschutz. Brandschutz muss nicht kompliziert sein und er muss auch nicht starr sein. Bei der rechtzeitigen Einbindung eines Brandschutzplaners können hervorragende kreative und individuelle Lösungen erzielt werden. Brandschutz von Anfang an ist der richtige Weg und die richtige Einstellung. Unsere Leistung fängt bei Ihnen an. Wir fragen Sie nach Ihren Vorstellungen und wie Sie das Gebäude nutzen wollen. Daraufhin erarbeiten wir die für Sie passende individuelle Lösung. Schutzzielorientiert und ohne Schema F. Wir sind für viele Lösungsansätze offen. Dabei ist es völlig egal, ob Sie ein kleines oder größeres Projekt, ein Mehrfamilienhaus oder ein Industriegebäude, ein bestehendes und oder denkmalgeschütztes Gebäude umbauen oder einen Neubau errichten wollen. Wir begleiten Sie deutschlandweit. Bereits in der Wettbewerbsphase. Bei der Erstellung eines Brandschutzkonzepts für den Bauantrag. Bei der fachlichen Beratung bei der Ausführung. Bis hin zur Endabnahme und Fertigstellung. Und gern auch darüber hinaus. Dabei sprechen wir immer Ihre Sprache und bringen Ihnen bei unserer umfassenden Beratung auch komplizierte und komplexe Sachverhalte verständlich näher und verzichten auf Beamtendeutsch. Als Verhandler und Mediator sprechen wir aber auch die Sprache der Behörden. Mit unserer Erfahrung und unserem Know-how erstellen wir Brandschutzkonzepte, die originelle und praktikable Lösungen beinhalten. Wir finden den optimalen Kompromiss zwischen Anforderungen des Brandschutzes und der Ästhetik eines Gebäudes. Und das auf allen Ebenen. Beim bautechnischen Brandschutz, beim anlagetechnischen Brandschutz und beim betrieblich-organisatorischen Brandschutz. Gemäß diesem Leitfaden führen Architektur und Brandschutz zu einer gemeinsamen Lösung. Schmöller Brandschutz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017